Die Augentagesklinik in der Warschauer Straße ist auf ambulante Augenoperationen in höchstem Qualitätsniveau spezialisiert. Diagnostik mit modernsten Geräten bildet die Grundlage unserer Entscheidungen. Befunde und Empfehlungen werden jedem Patienten ausführlich erklärt. Die Entscheidung zur Operation des grauen Stares ist eine Vertrauensangelegenheit. Wir sind stolz auf unser Qualitätsmanagementsystem, welches durch DEKRA-Certification bestätigt wurde. Unser Mitarbeiterteam und wir Praxisinhaber freuen uns auf Ihr Kommen. Wir sind Partner Ihres Augenarztes.